Du wirst Volke nichts mehr erzählen. Ich dachte vielleicht, da kommt eine coole Katze hin oder so. Aber nö. Hat nur reingestochen. Er hat einfach nur das Messer hineingestockt. Da-da. Du selber. Geht wohl los jetzt hier, oder wat? Wie ist das eigentlich? Muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich mir ein Schar bei Shadowlands hochziehe, auf 60. Muss ich da jetzt jedes Mal immer wieder diesen Schlund am Anfang machen? Jedes Mal? Was für Deutsch. Natürlich, die deuter Sprache reden. Nö, verstehst mich dann? Zeig mir, was vor uns liegt. Da unten. Oh je, jedes Mal den Schleiß machen. Scheiß schlimm machen. Bin ich jetzt im Fernseher? Ach, nö, klar. Ich hab keine Pfeile mehr. 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 Ist schon wieder der Koffer in der Nickelbahn. Pfeile mehr. Oh, Pfeile. Ein Speer wacht am Flussufer nördlich von K-1 Leer. Der läuft. Der Sofa, nördlich von K1 Leer. Los, Szenen. So. Hab ich. Hammer, 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 die Sperre. Dieser Späher hatte Befehle von Volke. Was ihm wird das interessieren? Das waren alle Späher. Basim und Gudrun warten auf mich im Wald östlicher Podcaster. Ich darf hier nicht erwischt werden. So, noch Ressourcen. So instant brauche ich das nicht. Ah, kein paar andere Deutsch. Meine Gehörnzellen reichen nicht. Ach, ist das so. Die Gehörzellen reichen gerade nicht mehr. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Was siehst du da oben, Sönin? Was ist denn deiner Schwester los? 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 Das kostet dein Leben! Was ist denn deiner Schwester los? Schlitz! Bing! 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 Meister, grüß dich! Meister, grüß dich! Meister, grüß dich! Ich bin bereit für meine letzte Reise. Lass mich sehen, was mich erwartet. Wenn du deinen Schöpfer siehst, sag ihm, ich hab dich geschickt. Er ist tot. Du bist verwundet, Bruder. Lass mich deinen Bruder ins Lager tragen. Ach, scheiße. Meine Schwester ist so niedlich für diesen Tag. Er war immer schneller als ich. Du hast dem Mutterleib entsprangen früher. Und jetzt? Ach, kacke. Wieder ein Wikinger verloren. Sterben wir uns alle hier irgendwie weg wie die Fliegen, fällt mir mal auf. Unvorsichtiges Ars. Ich wusste, das Wagnis war zu groß. Ruhig, Gudrum. Fulke verdient deinen Zorn, nicht Evo. Du hast keine Vorstellung von meinem Zorn. Wie viele meiner Männer liegen tot da, dank dieser Rumsucht. Viele sind gestorben, mein Freund hier auch. Das war meine Schuld. Das zu wissen ist Schande genug. Ein schwacher Trost für die Toten. Das ist geschehen. Oba, Soma, ihr kommt zu einer schwarzen Stunde. Und zu spät, um unsere Klängen in Blut zu tauchen. Schade. Ich hatte gehofft, Podcaster mit dem hier einzunehmen. Aber Fulke ist vorgewarnt. Mir ist der Appetit vergangen. Ich gehe gen Westen. Dann geh. Aber wisse, ich hätte dich gebraucht. Was du brauchst, Rabennährer, ist Demut. Höre auf klügere Köpfe als deinen eigenen. Evo? Ich höre dich gut rum, Flucht der Sachsen, wenn du etwas kundtun willst. Du willst einen Jahr zurück? Dann musst du so kalt wie Frost sein. Mut ist so oft ein Feind, wie er dein Freund ist. Wir werfen uns nicht in aussichtslose Fäden. Wir kommen ohne Vorwarnung und schlagen zu. Versammle deine Verbündeten. Wähle den Zeitpunkt. Dann und nur dann bezwingst du sie. Noch kannst du obsiegen. Geh mit Odins Weisheit, Thors Macht und Freas Geist. Geh und finde deinen Bruder. Gudrun sprach voller Zorn. Aber was er sagte, wirkt Weisheit. Du hast recht. Ich bin nicht zu stolz, meine Fehler einzugestehen. Dann ist auch Weisheit in dir, Eivor. Wir warten auf unsere Verbündeten, bevor wir angreifen. Bis dahin müssen wir uns vorbereiten. Zunächst brauchen wir ein neues Lager. Sie werden denken, wir ziehen uns zurück. Aber wir kommen noch näher. Hier. Ohne Vorwarnung. Erke, Stole. Reitet vor mir dorthin. Zusammen werden wir sie bezwingen. Für mich liegt kein Verglügen im Kampf gegen meine eigenen Leute. Aber Schuld ist Schuld. Wir brechen sofort auf. Außerdem sind sie aus West-Saxe. Elfrids Leute. Nicht deine Brüder. Danach sollten wir Fulkis Vorräte in ganz Sud-Saxe vernichten. Ja, wenn es ihr gelingt, sich in Porgkester zu verschanzen, können wir Siegurt nicht mehr retten. Der Brief des Speers erwähnte Bricklesworde. Guldeford und Krauernlea. In Krauernlea fertigen sie Waffen. Aus Guldeford stammt ihre Nahrung. Bricklesworde ist eine Feste mit vielen Sachsen. Ober, ich brauche deinen Axtarm in Guldeford. Soma, du und deine Männer helfen mir in Krauernlea. Verlass dich auf uns. Ich gehe nach Bricklesworde und mache mir ein Bild von der Lage. Gut, ich stoße zu dir, sobald das sächsische Lager erledigt ist. Das Herz eines Löwen und die List einer Krähe. Gudrum hat sich in dir getäuscht. Wir haben einen Plan. Vollenden wir ihn. Hier müssen alle auch Verbringer. Sorry about it. Soma, Uber, verzeiht. Ich hätte euch gerne ein anderes. Willkommen nach der langen Reise bereitet. Mir tut nur leid, dass wir nicht schneller hier waren. Wir werden eine Weile brauchen, um die Männer zu versammeln. Dann kann es losgehen. Okay. Komm, 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 komm. Oh. Okay. Komm, komm, komm. Vielen Dank.